willkommen zurück willkommen hier zurück auf ich habe jetzt ein bisschen die zehn geschwindigkeit reduziert bzw erhöht das ging ja vorher noch keiner kuhhaut so ist ich nur sagt mein freund ist die müssen wir können oder ob er hänger jetzt leckts aber ganz schön bei der letzten vorherigen aufnahme nicht so ja man sieht es geht schon etwas schneller wir brauchen immer noch decken heißt warte mal Achso, ja wir brauchen definitiv Holzdächer. Definitiv. Ach nee, brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen jetzt... Wir müssen gucken, dass wir jetzt Level 14 werden. Weil sonst... Einfach ein kleines Problem. So. Wir müssen so einen Baum rumhacken. Oh. Ich hole noch nicht so ganz. Jetzt. Schaut's noch aus. Nein. Es wird. Es wird. Du solltest groß werden. Danke. So. So. Nix. Huch. Ist ein bisschen mehr lecker als vorhin. Vorhin war das mir nicht noch nicht so. 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 Was brauchen wir denn noch? Ähm. Salz Foundation. So. 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 Jetzt schauen wir mal. Holz fallen lassen. Holz fallen lassen. Und wir brauchen nur noch 0,9 Punkte. 0,9. Das heißt. So. Jetzt sind wir. So. Mal Gesundheit. So. Jetzt brauchen wir nämlich eines. So. So. Ich hab' ich schon gedacht. Ich hab' ich schon gedacht. Okay. Wir brauchen das hier. Zack. Wir wollen das hier. Zack. So. So, jetzt einmal schauen, ob wir es schon herstellen können. Wasern. So ein. So noch nicht so viel herstellen. Vier Stück. Ja. Das war viel. So. Okay, mal schauen. So, immer noch 30. Das ist viel. Das ganze Holz da weg. Fein. So. Wir brauchen Fasern. Wir schauen jetzt noch mal kurz nach unserem. Nach unserem. Dino, der da hinten immer noch umflaggt. Was ist in dem Eck? Ich glaube ja. Ja. Da liegt er. Oh. So. Schauen. Wir brauchen jede Menge Fasern. Das dürfte, glaube ich, sogar schon ausreichen. Und noch mal. Oh ja. Gegenstand herstellen. Und dann noch die. ein paar pfeilchen sage ich jetzt mal ok was brauchen wir feuersteine ich hatte doch hier mal eine kiste rumstehen ich glaube das ein feuerstein ist sieben stücken das heißt wir bräuchten noch mal ein bisschen mehr fahrer sein ein bisschen mehr fahrer sein muss davon abgesehen das brauchen wir natürlich auch was erst mal das eine lieber noch schnell bevor das auch noch verdirbt aber mein dickerchen wie sieht es aus inventar er brauchen das hier benutzung erzwingen das sollte er jetzt eigentlich wieder ein bisschen mehr bewusstloser sein und er ist auch gleich fertig gezählt 13 gar nicht schlecht gar nicht schlecht so ninolein ich bin überfüllt er ist fertig sehr schön sehr schön wir haben unsere ersten dino liebe freunde stein brauchen wir jetzt nicht unbedingt ja gut nein das wird jetzt unser pack ist das wird jetzt unser pack esel er ist der paare sauber na komm so ist das fein mein lieber freund ich werde mir jetzt so ein bisschen umbeländen mein freund na wir nennen so wir nennen ihn big bang na mein biggie so dann schauen wir mal microberries brauchst du jetzt erstmal nicht mehr wir packen mal das playstone rein packen mal rein das fressen wir jetzt noch packen mal noch das ganze stein rein das ganze stein rein so jetzt dürften wir auch nicht mehr überfüllt sein das ist gut richtig so wie viel gewicht hast du bei dir ach ja na 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 Für unsere Parasurer brauchen wir noch einen Sattel, wenn der schon freigeschaltet wäre, das ist nicht so, wie ihr es sehen könnt. Ihr seht es jetzt natürlich. Doch da, da ist es. So, jetzt mal gucken, was brauchen wir dafür? Ja und was brauchen wir dafür? Okay, ähm. Ja. Man müsste wohl noch ein bisschen warten müssen, mein Freund, ha? Erst wreckst du mich noch einmal, du. Erst wreckst du mich noch einmal. Komm mit. So. So. Ich hab meinen ersten Dino, ich hab meinen ersten Dino. Ich freu mich schon ein bisschen. Oh. Flatter Mann. Mann. Das wreck mich doch nicht so. So. Wir brauchen Dada. Da. Und was wir ganz dringend brauchen, ist Dada. Wir brauchen also Stein. Steinche. Mein Freund. Du hast Steinche dabei. Das wäsig. Ah ne halt. Das wäsig doch. Das wäsig. Ja. Hä? Okay. Wir brauchen immer noch Stein. Gut. Dann klappen wir doch noch ein bisschen Stein. Ah. Ach. Oh. Was brauchen wir denn, um das zu reparieren? Stroh. Okay. Klappen wir mal noch ein bisschen Stroh raus. So. Ein bisschen Stroh muss sein. Gut. Und ich kann es immer noch nicht bauen. Erst kann ich es bauen. Aber ich brauche immer noch Stein, ne? Um das hier zu bauen. Ein Stein. Das kriegt man ja wohl nur noch hin. Lecky. Lecky. Okay. Okay. Das ist nichts. Nein, Stein. Komm schon. Ich werde mal noch hinkriegen hier. Ja. So. Weil dann können wir nämlich unsere ersten Pfeile machen. Unsere ersten Dingenspfeile. So. Und herstellen. Zack. So. Gut. Sehr nice. Huuuiiii. Huiiii. Oh. Ich die hier drehe. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Spino da hinten. Du bleib schön da, wo du bist. Lässt nicht. Huch. So. Ähm. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Aber wir brauchen. So. Die vier. Wo rüstst du mal das aus? Machen wir mal da hin. So. Na kurzemittel. Wir brauchen fünf. Okay. Giftpfeile. Wie sieht's mit Giftpfeile aus? Mist geht erst mit Level 20. Das ist schlecht. Wie schaut's da unten aus? Was kann man da unten noch machen? Ich habe immer Schiss. Ich werde gleich angekommen. So. Was hören wir denn hier? Okay. Gut. Achso. Hä? Okay. War kaputt? Okay. Na gut. So. Perfekt. Wir haben ein wenig Narkosemittel. Das ist schön. Schwein. Na gut. In zehn Sekunden verfällt's sowieso. So. Dann schauen wir mal. Ähm. Gewischt. So. Wie kommen wir jetzt zu diesem Parasau-Sattel? Was brauchen wir da nochmal? Wir brauchen auf jeden Fall Fasern. Fasern und Tierhaut jede Menge. Komm mit. Das ist ein Raptor. Das ist ein Raptor euch. Dann habe ich ein Problem. Nein. 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 Du bleibst hier. Oder wir gehen ihn. Komm. Wir gehen ihn in die andere Richtung. Hallo. Ah. Wir legen uns noch nicht mit dem Raptor an. Lieber irgendwas kleines. Irgendwas kleines. Schneegebiet. Das ist gut. Okay. Das ist gut. Okay. Sehr gut. Wir brauchen Tierhaut. Jede Menge Tierhaut. Wo haben wir Tierhaut? Wo rennen halt. Hier in Dodo rum. Ruhchen. Hä? Da häng ich auch gar nicht mies. So. Ja. Er glaub das war's falsch. Was rennt hier noch so rum? Ja. Das ist kein Zählzahntiger oder? Nein. Wird das nur etwa dunkel? Was mir gar nicht passen würde. Das wird mühselig. Was hast denn du für ein Level mein Freund? Wollen wir dich töten? Hm. Ich weiß nicht. Sollen wir's probieren? Probieren wir's. Was haben wir zu verlieren? Toll. Ist auch noch einer wo weg rennt. Das passt mir gar nicht. Komm. Krieg's ab. So. So. Ja. Wir brauchen Tierhaut. Zwar jede Menge. So. Mein lieber Freund. Die Dodos, die tun mir echt leid. Aber die müssen jetzt echt mal herhalten. Sorry. Das war's auch. Da geht auch ganz schön ab hier. Da. Achso. Hey. Hey. Junge. So. Ein bisschen Tierhaut. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier noch für Viecher? Gar keine. Doch. Nochmal ein Dodo. Ist gut. Ist gut. Der Einzel ist natürlich. Nein. Was macht denn der da? Gibt natürlich nicht so viel Tierhaut. So. Mal schauen. Was jetzt aussieht. Noch 18 Stück. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Wenn jetzt nicht irgendein Wesenvieh von mir auftaucht, dann kriegt man das hin. Mal ein Para. Soptikus. Hier läuft nichts rum, was ich brauchen könnte. Doch, da hinten läuft. Was ist das? Ist ein Raptor? Ne, das ist irgendein komisches Schleim. Okay. Wir legen mal hin. Wir legen uns natürlich nicht mit diesen Steinen an. Was hast du denn du für ein Level? Level 2. Ich könnte es mal hinkriegen. Wo sind das vier jetzt? Was? Mal wer? Boah mein Junge. Was schaffst du locker? Locker! Und wir helfen dir mal. Uh. Jetzt war nicht so gut. Nein. Er macht mein... Nein! Du blöder Wichser! Du blöder Arsch! Ja! Krache ist mein! Das hab ich schon noch. Das ist natürlich doof. Ja, ähm... Wie es natürlich ausgeht und wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Natürlich. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ähm... Wir werden jetzt... Das noch bestimmt ablooten. Und dann... Jetzt zurück zur Basis. Mein armer Parasaurer. Mein armes Vieh. Alles nehmen. Jetzt sind wir wahrscheinlich überfüllt. Ja. Das war klar. Das war natürlich ganz klar. Mein armer Parasaurer. Aber der muss jetzt hinhalten. Leute. Alter, wie viel Fleisch gibt der? Okay. Ähm... Ja. Jetzt hab ich umsonst gesammelt. Ähm... Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ähm... Bis dahin. Oh, oh, oh. Oh, 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 seeing everything is dangerous, I know my time isn't now, so let's evolve. I'm the one with the good side, baby, I'm the king of the beast, don't pay me, sit down, I know. Evolve, evolve, be prepared for the things I'm facing, time to change or we'll end up crazy. Take me down, I know. Evolve, evolve. L and C, I swear I muster it all. Conquer this world and make it my own. Oh, 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 there's nothing that I can't do. Oh, 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 I'm saying baby I'll be staying, children. I know my time isn't now, so let's evolve. I'm the one with the good side, baby, I'm the king of the beast, don't pay me, sit down, I know. Evolve, evolve. Be prepared for the things I'm facing, time to change or we'll end up crazy. Sit down, I know. Evolve, evolve. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. With my saber tooth and T-Rex, ain't nobody gonna mess with us, I know my time isn't now, so let's evolve. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020